Wie verkable ich meine Effekte? Ich meine, nachdem es im ersten Teil unseres Effekt Tutorials um die Effektgruppen ging, das heißt mit welchem Effekt habe ich es überhaupt zu tun, mit einem dynamischen, eher einem Verzerrer, einem Kompressor oder einem Modulationseffektgerät, einem Chorus, einem Flanger oder einem Phaser vielleicht oder sogar einem Raumeffekt wie Hull oder Delay, soll es heute darum gehen, wie bringe ich diese ganzen Kistchen irgendwie zusammen. Und da herrscht ganz, ganz viel Verwirrung und ganz, ganz viele offene Fragen werden da sehr, sehr oft gestellt, weil oftmals will man natürlich auch die Effekte auf so ein Effektbord packen mit einer Stromversorgung und dann stellt sich immer die Frage, wie kombiniere ich die Dinge und worum geht es überhaupt. Das ist natürlich eine Sache, da kommt es natürlich sehr, sehr darauf an, um welches Effekt handelt es sich denn überhaupt, was ich hier integrieren möchte. Im Prinzip helfen uns da schon auch diese drei Gruppen, denn einen Verzerrer werde ich natürlich naturgemäß erstmal vor den Verstärker schalten. Bei einem Chorus oder bei einem Delay stellt sich dann schon wieder die Frage, kommt es in den Einstaltweg, kommt es vielleicht vor den Verstärker, hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, ob ein Verstärker vor allen Dingen auch einen Einstaltweg hat. Man muss es auch mal ein bisschen historisch betrachten, ist klar. Die älteren Amps hatten natürlich gar keine Einstaltwege für Effekte, man hat naturgemäß alle Effekte einfach vor den Amp gehangen und hat dann gehofft, dass das alles gut funktioniert und erst die etwas modernen Amps, wo die Verzerrung auch definiert auch im Amp erzeugt wird, auch mit Mastervolumen, hatten dann später auch Einschleifwege und damit hat man nämlich dann die Möglichkeit, Effekte hinter die Verzerrung zu platzieren. Das ist schon das ganze Spiel, über das wir nachdenken müssen, wenn wir überlegen, wo wollen wir Effekte wie verkabeln, möchte ich sie gerne hinter der Verzerrung oder gerne vor der Verzerrung haben. Das heißt, im Prinzip ist jetzt hier der JVM nichts anderes als ein riesengroßer Verzerrer, hinter den man dann noch Effekte einschleifen kann oder eben vor den man noch Effekte vorschalten kann. Das ist genau die Geschichte und wie gesagt, wenn man sich ein Effektbord baut, dann wird man immer sich entscheiden müssen, möchte ich den Effekt gerne vor der Verzerrung haben, weil dann verhält er sich so ein bisschen anders, als wenn er sich praktisch im Einschleifweg hinter der Verzerrung verhält. Ja, das kann man ganz gut zeigen an einem Chorus finde ich. Da herrscht auch so ein bisschen, ja, gibt es eigentlich zwei Meinungen. Die einen sagen, naja komm, schalten doch davor, klingt geiler. Ja, oder die anderen sagen, naja, schalten doch dahinter, dann rauscht er weniger. Ist die Frage, möchte ich den Chorus verzerren oder möchte ich den verzerrten Sound verkorussen? So kann man es ein bisschen vielleicht erklären. Ich zeige euch erst mal das eine. Im Prinzip, wenn jetzt, wenn jetzt der verzerrte Sound ohne Chorus erklingt, ne. Oder mit Chorus. Im Vergleich mal davor. Ja. Ja. Dasila Da. Da. Ja. runs tardjau. Da. 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 Ist schon eine komplett andere Hausnummer, man merkt, dass wenn der Chorus vor der Verzerrung ist, dass das so klappt, dass im Prinzip die Modulation durch die Verzerrung so rausgeholt wird. Klingt natürlich sehr viel unsauberer, ein bisschen charaktervoller vielleicht und etwas weicher natürlich im Einsteifweg. Das sind immer so Geschichten, die muss man sich so ein bisschen überlegen, aber es gibt natürlich auch Effekte, die kommen ganz klar vor die Verzerrung, das würde ich natürlich immer mit einem Verzerrer tun, denn ich habe jetzt hier praktisch mal eine Verzerrungsstufe runtergeschaltet beim JVM und da hört man natürlich ganz, ganz klar in dem Moment ist die Verzerrung nicht ganz komplett. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr definierte obere Mitten möchte, dann geht es immer sehr, sehr gut mit dem Overdrive-Pedal. Das ist natürlich immer die Frage, welchen Verzerrer nehme ich und nehme ich ein Overdrive oder nehme ich ein Distortion? Das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Ein Overdrive klingt ein bisschen milder, ein Distortion klingt sehr, sehr viel härter und bietet schon viel, viel mehr Eigenklang und da kommt es finde ich immer so ein bisschen darauf an, wie weit möchte ich den Amp so lassen wie er ist und möchte ihn so ein bisschen shapen vorneweg oder inwieweit möchte ich dem Amp eigentlich die Verzerrung auch ein bisschen abnehmen und sagen, ich mache es gerne mit einem Pedal. Das kann sich im Prinzip jeder selber überlegen. Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich auch der Kompressor, der kommt auf jeden Fall auch direkt hinter der Gitarre, vor dem Verzerrer sogar würde ich sagen, weil das ist im Prinzip das Helferlein, wenn es darum geht, cleane Sounds zu machen. Das ist natürlich geil, wenn man so verschiedene Effekte kombiniert, natürlich sehr sehr gern für die clean Sachen auch der Kompressor, deswegen kommt der auf jeden Fall vor ein Amp und natürlich habe ich jetzt hier mal so ein bisschen so eine Reihenfolge aufgebaut, wie ich mir es so vorstellen kann. Am Anfang praktisch ein Kompressor, dann ein Overdrive Pedal, das kann natürlich auch ein Distortion Pedal sein oder alles oder vielleicht auch ein Fass Pedal, ist klar, alles was in dieser Richtung funktioniert. Dann mag ich es, wenn der Chorus vor der Verzerrung ist, das kann auch natürlich ein Phaser oder ich habe hier meine effektgerechte Burg, ein Phaser oder ein Flanger sein, das kommt meiner Ansicht nach immer vor die Verzerrung, kann aber auch ein Einschlafweg, ihr habt ja vorhin den Unterschied gehört und dann natürlich so Späßchen wie Octaver, kann ich sehr geil für so Highgain zeigen. So ein Octaver ist ja praktisch nichts anderes als ein Pitch Shifter, da könnte man natürlich auch sagen, naja, hängen die doch in den Einschlafweg, dann hast du eine saubere Wiedergabe, weil dann kommt es nach der Verzerrung. Aber auch da muss ich mir wieder überlegen, möchte ich gerne, dass der verzerrte Ton gepitcht wird, dann habe ich eine saubere Trennung oder möchte ich gerne, dass die beiden gepitchten Töne zusammen verzerrt werden. Dann gleicht es eher so eine Spielweise, dass ich sage, ich habe auf der Gitarre eine hohe Seite und eine tiefe Seite und die werden zusammen verzerrt oder ich habe eben im Grunde zwei getrennte Gitarren, die schon verzerrt sind, die dann gepitcht wiedergegeben werden. So wäre es im Einschlafweg. Also da hilft auch im Prinzip nur hinhören und probieren und vor allen Dingen immer im Kopf behalten, dass es darum geht, möchte ich gerne den Effekt vor oder nach der Verzerrung haben, denn nichts anderes macht ja der Einschlafweg, der setzt einfach die Effekte hinter die Verzerrung. So klingt es, wenn das Delay jetzt vor der Verzerrung ist, kann man natürlich machen, wenn man möchte, dass das Delay-Signal sich genauso verhält, wie das ist, wie eine gespielte Gitarre. Das ist natürlich der Trick, den man so ein bisschen bei Van Halen und bei irgendwie ab und zu auch mal findet, dass die Jungs natürlich vor der Verzerrung ein Delay haben, was dann so simuliert, als würde ich eigentlich doppelt so schnell spielen. Das heißt, in den Spielpausen ist dann das Delay zu hören und nicht die Gitarre. Das heißt, das kann man mal ganz gut erkennen, dass eben das Spektrum sich nur halb so schnell bewegt, wie das, was man eigentlich hört. Das ist dieser Effekt hier. Ich mache es mit dem Anschlag, jetzt geht es ganz genauso. So was geht natürlich nur dann, wenn ich das Delay vor der Verzerrung habe. Oder im Prinzip auch diese ganzen Geschichten, die sich so ein bisschen reiben, als wenn man eben mit zwei Gitarren über ein Amp spielt. Dann fängt es an, sich so ein bisschen zu reiben. Ist natürlich voll geil, weil man es auch natürlich aus der Zeit kennt, wo man das Delay einfach kamikaze-mäßig vor ein Amp geschaltet hat und dann hat man natürlich sich gedacht, ey, klingt eigentlich ganz geil, wenn die Delays verzerrt werden. Aber die Frage ist, ob man jetzt ein Delay vor dem Amp schaltet oder nicht. Am besten beides. Am besten nimmt man sich ein Delay für die Strecke vor dem Amp und das andere Delay schaltet man in der Einstellweg und dann klingt es so. Ist sehr, sehr viel lauter, weil natürlich die Verzerrung delayed wird und nicht das Delay verzerrt wird. Außer auch dieses Volumen-Swelling hier. Das klingt natürlich etwas weicher, weil natürlich das Delay nicht mehr vor der Verzerrung ist. Aber so habe ich im Prinzip mal alles angemacht, was ich hier auf dem Tablett stehen habe. Natürlich Effekte vor der Verzerrung und im Einstellweg. Das müsst ihr euch natürlich überlegen. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich es mit einzelnen Effekten zu tun habe, weil die kann ich auch mal verdrehen, die kann ich einzeln verkabeln. Mit dem Multi-Effekt ist es ein bisschen schwieriger, weil da die Trennung nicht so einfach ist, wenn man sagt, ich möchte gerne einen Teil vorm Verstärker haben. Ein Teil im Einstellweg ist nicht so ganz nachvollziehbar. Insofern geht es mit Einzel-Effekten ein bisschen besser und das könnt ihr natürlich auch bei uns im Verkauf so lange probieren, wie ihr wollt. Themaелич Erwartung Eine Frage 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 Vielen Dank.